Um den Instandhaltungsstau Ihres Bestands in Erfahrung zu bringen, können Sie ein Ingenieurbüro damit beauftragen, die notwendigen Instandhaltungsbedarfe je Gebäude zu ermitteln und daraus die zu erwartenden Instandhaltungskosten abzuleiten. Der zeitliche Aufwand hierfür beträgt pro Gebäude in etwa eineinhalb Tage. Bei einem Bestand von 200 Gebäuden sind dies insgesamt 300 Manntage. Gehen wir dabei von einem Tagessatz von 1000 Euro aus, so ergeben sich also Kosten von 300.000 Euro. Zur Aktualisierung der Bedarfe muss dieses Vorgehen jedes Jahr wiederholt werden. Albatross schlägt Ihnen auf Grundlage der Erfassungsergebnisse je nach Zustandsbewertung automatisch die Instandhaltungsmaßnahmen vor, die erforderlich sind, um den gewünschten baulichen und energetischen Zustand wiederherzustellen. Und da im System für die einzelnen Maßnahmen außerdem Branchenpreise hinterlegt sind, erhalten Sie auch gleich die zugehörigen Kosten, sozusagen auf Knopfdruck, denn die Aktualisierung und Berechnung dieser Kosten dauert nur eine Minute. Sie sparen in diesem Fall also 300.000 Euro bei der Ermittlung des Instandhaltungsstaus Ihres Immobilienbestands. … … … … Vielen Dank.